Leute, ich begrüße euch. So eine weitere Runde von League of Legends ist off. Wir sind wieder gestoppt mit Basti. Ach, Basti. Mit Domschift. Schon so eingefleicht. Was macht die denn alle? What denn? Ja, man, die fährt sich auf der Top, wenn sie nicht kämpfen, dass die Ministers sind. Ja, aber das ist nicht jedes Game so. Was ist Earth? Ähm. Was ist der gute Punkt? War jetzt nicht tot. Ach, ey, ganz ehrlich. Okay, keiner mehr da. Ich gehe weg. Warte. Sind wir jetzt top oder sind wir top oder top? Ich bin verwirrt. Okay. I talk on Tinder. Sorry. Alright, bro. Ich habe gedacht, ich hätte Dingers bei. Ja, moin. Okay, das erste, was ich kaufe, ist direkt Wunden. Irgendwas mit Wunden. Ach, komm. Wieso habe ich AP dabei? fluff? W payments. Sag, wann spielt man Morgana? Ey, Morgana, äh, FMF auf... mit Comet, what the fuck? Hab ich irgendwas verpasst? Bye-bye Bitte was? Also die haben keinen Bock, das mehr jetzt schon Also wenn das so weiter geht, ist sie gleich wieder da Oh mein Gott, das war Knäppkes Also den Sylos habe ich nicht kommen sehen, sorry Ist aber auch witzig, Sylos kommt einmal runter und man macht den Double Kill, finde ich gut Ich gehe mal vorne und ich habe keinen Bock noch mal auf Besuch Wo bist du geworden? War oben bei einem Draken worden? Ja, easy! Hey, ich habe doch hier geworden und hier geworden Ich habe einen Double Kill, alles gut Ja, was denn? Besser wishing Du weißt doch, ich mache gerne Rundreisen Oh, der krillt, Alter Ich gehe mal vorne, Double Shift Ach ja, was denn? Warte mal, ich gehe mal drauf Hey, wie kann die denn nicht gedings sein? Die ist ja dauerhaft voller, was geht ab? Okay. Nice, das war gut, Teamplay. Oh ne, das ist keine gute Nähe. Ach ja, Dom-Shift, hinter dir. Hast du mich grad verkauft? Sehr gut, ich bin stolz auf dich, du machst Fortschritte, finde ich gut. Äh, da ist ein Sylas. Let's give her one. Oh shit. Oh, I had a damage. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ach komm, als ob der wegkommt. Nee, du kommst nicht weg, mein Freund. Ja, hau rein, Alter. Meine Güte. Was denkt ihr sich? Spider-Man of Crack oder was? Meine Güte. Komm, mach ihn platt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weinen soll. Okay, ich weine. Ja, mit hat er ja schon alles durchrasiert. Jetzt sucht er jetzt Abwechslung. Der Südlust? Zehnall. Ach so, der Pantheon. War der Mitglied? Echt? Oh, dann hat er sich bei uns hochgefiedert. I guess. Äh, Camilla, gleich, ich hab mal sehr viel Lack geschnüffelt.de. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich hab mal sehr viel Lack geschnüffelt. 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 Ähm. Ja, sie machen. Moin, Servus, Moin. Moin, Servus, Moin, Servus, Moin. Moin, Servus, Moin. Moin, Servus, Moin. haben wir gut im Zaun gehalten ich wurde gerade so eben gewohnt schottet ladies and gentlemen es ist soweit halten sie sich fest es geht und auch anders stelle ich mir im Urf aber auch ziemlich ich davor ich bin tot also Leute wenn ihr Bock habt schnell drauf zu gehen dann spielt einfach Urf Leute da seid ihr in Militkunden einfach tot gut 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 wohl der sie lasst der unruhe einer So, Mortal Reminder muss auf jeden Fall als nächstes her. Keine Lust auf diesen ständiges Rumgehilie. Okay, das ist noch nicht machbar. Wieso habe ich gegen normale Reminder... Ach nee, ich bekomme einfach so die ganze Zeit hier. Das ist einfach nur... Da stimmt, da stimmt, da stimmt, da stimmt, da stimmt, da stimmt, da ist unser Silo so... Die Smache aus. Aber die machen Barron. Oh mein Gott, ich hätte sie fast noch gehabt, man, willst du mich rollen? Wieso habe ich denn jetzt zweimal den Barron sterben hören? Das habe ich jetzt zweimal Barron buff. Hat sich jetzt gesteckt, jetzt geht die Party ab. Und die Party geht ab. Und ich sag... Ey! Also ich will ja nicht sagen, aber mein Damage kommt langsam aber mal hart zum Einsatz. Holy Moly! Okay... Okay... Noch nicht so hart zum Einsatz, dass ich den jetzt machen kann, aber... Ey, du hast ihn outplayed. Ich bin stolz auf dich. Okay, die Pfütze, die Pfütze hat dich outplayed. Ja, das war Morgana mit... Ich bin einmal reingelaufen und kam nicht mehr. Incredible. Warte, was? Damaging Abilities, Slow Enemies bei 30% for one second. What the fuck? Hm, kannte ich gar nicht. Das ist Rayla's nicht. Naja, tatsächlich nicht, ne. Rayla's Hitsch aus als Liedgekund. Hm. Also den Effekt auf den Apfen Rayla's... Den... 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 Den kann ich nicht. Den kann ich nicht. In die Menge rein. Oh mein Gott. Alter, Domschiff, hättest du das jetzt noch irgendwie, also das wär schon sick gewesen. Aber mit so einem Sylas so ein Sylas ist halt oi 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 Ja gut, nice try.